Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabe und heute zeige ich dir, warum mein Beruf als Vermögensberater auch in der Zeit der Digitalisierung super, super wertvoll für meine Kunden ist. Denn jeder, der sich mit Digitalisierung beschäftigt, weiß, dass bei einem Algorithmus, das heißt, wenn ein Algorithmus, wenn ein Internetprogramm, wenn ein Programm Aufgaben übernimmt, die sonst ein Mensch machen, sogenannte Alpha- und Beta-Fehler vorkommen. Alpha- und Beta-Fehler sind einkalkuliert und jedes Programm hat diese Fehler. Meine Kunden brauchen mich als Löser gegenüber Finanzinstituten und zwar immer dann, wenn dort durch EDV, durch Digitalisierung Fehler gemacht werden. Und wenn du wissen willst, wie das bei dir, bei deinen Kunden auch möglich ist, dann trag dich ein. Dann rufe ich.